Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Hier seht ihr immer aktuelle Videos rund um Siede, Kumkoy oder Efrenseti. Und heute auch aus Manavgat. Ich musste heute nach Manavgat aufs Postamt. Dazu bin ich mit dem Dolmbusch gefahren. Als der Bus kam, merkte ich, dass dieser total überfüllt war. Da fiel mir ein, heute ist ja Montag, da ist Bazar. Also bin ich nach der Post zum Bazar. Um für euch ein Video zu machen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran. Musik Musik Ja. Ja. Musik Ja, hier sind jede Menge Menschen unterwegs. Und wir haben gerade einmal März. Während der Hauptsaison ist hier die Hölle los. Wenn euch das Video gefällt, dann macht einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich schlendere noch ein bisschen über den Bazar. Wir sehen uns in Siede. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Siede. Musik Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.